Maria, durch ein Umwald ging, Maria, durch ein Umwald ging, der hat in sieben Jahren kein Laub getragen, Jesus und Maria, warst du, Maria, unter ihren Herzen, Kyrie, Erech, Sohn, ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, dass du, Maria, unter ihren Herzen, Jesus und Maria, wie soll dem Kind sein Name sein, Kyrie, Erech, Sohn, Kyrie, Erech, Sohn, Kyrie, Erech, Sohn, Kyrie, Erech, Sohn, Welchen Namen soll er tragen, welchen Namen, Kyrie, Kyrie, die Nächsung? Der Name soll Christus sein, das war von Anfang an der Name sein, Jesus und Maria. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!